Türkische Volksmärchen aus Dambul Gesammelt von Ignaz Kunos Kunterbunt – ein Lügenmärchen Wir waren drei Brüder, unser zwei Blöde, keiner von uns einen Tropfen Vernunft. Wir gingen zum Bogenmachermeister und kauften drei Bogen, zwei davon zerbrochen und abgenutzt, der dritte ohne Bogensehne. In einem Wache, in dem kein Tropfen Wasser, lagen drei Enten, ihre zwei tot und entsehlt in der dritten kein Funken Leben. Wir gingen hin, schossen einen der Pfeile ab, nahmen die Ente in die Hand, und dann brachen wir auf, gingen wenig, gingen viel, gingen über Berg und Tal, Kaffee trinkend und rauchend, Tulpen und Hyazinthen mähend – endlich waren wir eines Gerstenkornes Weg gegangen. So gingen und gingen wir, begegneten drei Häuser, zwei derselben zerfallen und zerbröckelt, das dritte ohne irgendeinen Grundbau. Dort lagen drei Männer, ihre zwei tot und entsehlt, in dem dritten kein Funken Leben. Wir fragten den Neblosen, er möge uns ein Gefäß geben, um diese Ente zu beraten. Da zeigte er uns drei Schränke, deren zwei zerfallen und zerbrochen, der dritte ohne Seitenwände. Dort fanden wir drei Teller, deren zwei lückig und löchrig, der dritte ohne Boden. In dem Teller, der keinen Boden hatte, brieten wir die Ente. Der eine meiner Gefährten sagte, »Mein Magen ist voll!« Der zweite sagte, »Ich habe keine Esslust!« Ich aber sagte, »Mich gelüstet es nach gar nichts mehr!« Der, der gesagt hatte, sein Magen sei voll, aß die Ente auf. Der, der gesagt hatte, er habe keine Esslust, aß die Knochen auf. Da wurde ich böse, ging auf und davon und kam auf ein Melonenfeld. Ich zog aus meinem Gürtel mein Messer, schnitt eine Melone auf, da war mein Messer hin. Ich war auch hin, begegnete einer Karawane und fragte, wo mein Messer sei. Die sagten mir, »Es ist schon vierzig Jahre, daß wir herum zwölf unsere Kamele suchen. Die Kamele haben wir nicht finden können. Wie könntest du dein Messer finden?« Da wurde ich auf diese auch böse, machte mich auf und davon und ging zum Fuße eines Baumes. Dort sah ich einen Korb, in den man einen ermordeten Mann gelegt hatte. Als ich ihn besehen wollte, bemerkte ich, daß vierzig Räuber kommen. Ich lief davon und die hinter mir her. Nachdem ich ein gutes Stück gegangen war, gelangte ich zu einer verfallenen Djamie. Im Hofe der Djamie jagten sie mich eine Weile herum. Es blieb mir übrig. Ich stieg auf das Minare, die stiegen auch hinauf. Ich klammerte mich hierauf an die Scherife und schließ mich los. Der Räuber zückte sein Messer und kam mir nach. Da schrie ich, »O weh!« und fiel auf die Kuppel der Djamie. In meiner Angst öffnete ich meine Augen und sah, daß alles nur ein Traum war. E.A. Productions 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 Vielen Dank.